Hallo, jetzt kommen wir auf dem Velozsch-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K21. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir haben hier heute einiges vor. All-Star-Wahl, also die Team-Wahl. Dann haben wir hier noch die Trade-Deadline. Und dann gehen wir vielleicht sogar in den Free-Point-Contest rein. Schauen wir mal. All-Star-Draft starten auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage... Hey! Was? Okay. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich wollte doch gerade starten damit. Auf jeden Fall sehen wir hier die Teams. Antetokounmpo, Lillard, Young, Williamson, Wiseman, Curry, Towns, James, Brown, Edwards, Adebayo, Jackson Jr. Na gut, das war es dann halt damit. Dann Doncic, Davis, Tatum, Beal, Embiid, Jokic, Durant, Morant, Kyrie, Perry, Sabonis, Hayden. Na gut, das sind auch die All-Star. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Weil ich dachte eigentlich, wir werden den Draft selber machen. Aber dann ist das halt jetzt erstmal so. So. Und ich überlege, ob ich Kevin Potter Jr. noch trainen soll, um ehrlich zu sein. Weil er mir bisher spielerisch nicht gefallen hat. Hier haben wir auf jeden Fall easygoing gewonnen hier. Neunter Sieg in Folge sogar. Also auch mega, mega nice. Übrigens morgen und übermorgen, also an Ostersonntag und Ostermontag, gibt es zwei Folgen, lass mal reden. Einmal meine Top 5 All-Time-Starting-Five. Und einmal noch ein ganz spezielles Thema. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Das ist dann fußballbezogen. Aber ich glaube, das Video würde den einen oder anderen von euch auch gefallen. Da geht es tatsächlich um Juventus Turin, um meinen Lieblingsverein. Und Jonathan Isaac ist erstmal zurück. Auch supergeile Nachricht. Und es wird ein ganz spezielles Video. Bezieht sich auch auf ein Video von einem anderen YouTuber, beziehungsweise von einem anderen Kanal. Das mir nicht so ganz gefallen hat. Aber da werdet ihr dann näheres erfahren. Auf jeden Fall ist natürlich jetzt hier Isaac back. Also schaut gerne auf jeden Fall rein, die nächsten beiden Tage, wenn die Videos erscheinen. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Isaac ist jetzt erstmal back for Porter. Jetzt halt die Frage, ne? Wie sehr brauche ich Porter wirklich? Klar kriegt er jetzt erstmal Minuten von Udo und Co. Eminesco auch nochmal ein paar Minuten weniger. Aber bei Kevin Potter Jr. bin ich mir eben nicht ganz sicher, inwiefern ich ihn wirklich brauche. 11,1 Punkte gemacht. Quoten alles okay bei 23 Minuten, aber auch nicht so berauschend, ne? Ähm, Isaac ist hier auf jeden Fall back. Isaac will ich auf jeden Fall behalten. Wir sind hier auch gleich auf der Trade Deadline. Äh, machen wir mal Pick 8 so ungefähr. Irgendwie mein Auge juckt ein bisschen. Jetzt hier gegen die Yetis. Sieht nach einer sehr, sehr deutlichen Sache aus oder auch nicht. Am Ende haben wir es doch gewonnen. Sehr schön. Wir haben den 10. Sieg in Folge geholt. Also das muss man auch mal sagen. Und Isaac hier 13 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals bei seinem Comeback und 2 Blocks. Wow, Jonathan Isaac einfach nur stark. Rogier und Co hatten hier keine Chance. Wir sind jetzt hier natürlich bis zur Trade Deadline. Natürlich wollen wir nochmal kurz gucken. Und zwar, wir gucken einfach mal, was kriegen wir denn für Isaac und Porter? Äh, für Saxon und Porter. Äh, Ben Simmons und Markkinen. Wow. Okongwu und Drummond. Siakim und Pope. Christoph Sposinges und Oladipo. Interessant. Das wäre ein sehr interessanter Deal. Christoph Sposinges, wäre der nicht nice im Team zu haben? Sein Vertrag ist aber übel, ne? Randall und Murray. Mann, ja, ne. Hm, wenn ich mir mal den Roster so angucke, was könnte man überhaupt tun? Weil ich würde gerne in Zukunft auch irgendwie noch ein bisschen Capspace haben. Weil ich mir für die ein oder andere Free Agency noch ein bisschen was ermöglichen will. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, theoretisch können wir einen Small Forward und Shooting Gap abgeben. Weil wir haben Levine, Udo und Co. Das ist alles stark genug. Ähm. Man könnte sich zum Beispiel den New Orleans Pick sichern und Wizards oder Detroit Pick oder irgendwie so. Ich meine theoretisch. Hm. Wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. Sexton hat zwar eine 88, aber will ich ihn wirklich länger halten? Sexton war ein schöner Trade. Aber will ich ihn so lange halten, wirklich? Und vor allem Kevin Porter gefällt mir halt nicht so. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel zu den Wizards gehe und mir ihren Pick hole. Boah, der Pick ist mehr wert als Kevin Porter. Okay. Shooting Guard haben sie hier nur Ramsey. Schwierig. Okay. Was ist, wenn ich aber Sexton anbiete? Und theoretisch mir einfach Westbrook wiederhole. Ich weiß, der andere wird jetzt sagen, wow, aber wenn wir Nate Manning irgendwie holen können. Also ich zeige euch das nur mal. Nate Manning hat eine 86. Das ist das Jahrhunderttalent schlechthin. Ist glaube ich, soweit ich mich richtig erinnere, ist es auch mit Abstand der stärkste Rookie, den ich erstellt habe in all den Draftklassen. Daran erinnere ich mich natürlich. Und der wäre halt ein Monster, ne? Er wäre halt wirklich, wirklich ein Monster. Mit ihm könnten wir halt wirklich noch dominanter werden. Guckt euch das an. 30,3 Punkte. 8,8 Rebounds pro Spiel. 5 Assists. 1,9 Steals. 1,6 Blocks. 43% aus Feld. 34% Dreierquote. Die kann noch besser werden. Freiwurfquote auch top. Der kann halt scoren ohne Ende. Spielaufbau A minus. Perimeter, Defense B plus. Post Defense und Rebounding. Okay, das ist aber vollkommen in Ordnung, dass das so ist. Athletik, Basketball IQ, Potenzial A plus. Also er ist ein Monster. Er ist ein Monster. aus Kentucky. Ich versuch's. Wir gucken mal. Wenn wir Sexton anbieten. Darf wir uns Westbrook holen, das Vertrag ausläuft. Das ist okay. Ich will ja wirklich auch so ein bisschen Capspace haben. Westbrook läuft aus und wir holen uns dafür noch den Pick. Wollen sie nicht. Wollen sie auch nicht. Wollen sie auch nicht. Okay. Was, wenn ich euch den Zweitrunden-Pick gebe und... Oh, der Jazz-Pick ist auch einiges wert noch. Ich guck mal kurz. Stand jetzt hier Nummer 8. Okay. Was ist, wenn ich ihn... Den Jazz-Pick kann ich ihn eigentlich anbieten, oder? Sollte nicht so wehtun. Wir geben denen den Jazz-Pick und eben Sexton. Um uns eben diesen ganz, ganz wertvollen Pick zu sichern. Und wir laden uns erstmal Westbrook zu. Wow, wollen sie auch nicht machen. Netz-Pick ist zwar nicht so viel wert, aber... Wow. Geht doch. Russell Westbrook ist back. Ich weiß, der eine oder andere wird das kritisch sehen, aber ich will Westbrooks Vertrag eh dann erstmal auslaufen. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, Leute. Weil guckt euch das jetzt mal an. Wir werden im Sommer sowieso mit Dantley verlängern, mit Purson verlängern. Maravich, Westbrook wird dann auslaufen und Isaac wird auch noch seinen Vertrag kriegen. Dann sind wir vom Capspace her eh wieder durch. Und dann muss man eben schauen, ob man da nicht den einen oder anderen Trade nochmal einfädelt, um eventuell dann nochmal mehr Capspace frei zu schaufeln. Oder man sagt vielleicht sogar, Isaac darf gehen und Udo. Und da muss man eben gucken. Aber mir ist der Kader ein bisschen zu breit geworden, auch einfach, um ehrlich zu sein. Wenn ich dann aber Nate Manning irgendwie kriegen kann, wäre es natürlich Jackpot hier jetzt. Westbrook back. Ihr wisst, das ist auch einer meiner Lieblingsspieler. Aber wir müssen hier weiter gucken. Mark Drafts. Die Bisons halten nämlich den zweiten Pick. Ich will nämlich die beiden besten Picks haben. Und dafür bin ich bereit, dem Mann hier abzugeben. Kevin Potter Jr. Kann ich eh nicht viel mit anfangen. Und jetzt die Frage, was kriege ich als Gegenwert? Alton Turner, Reese und Co. Na ja, ne. Ein Becker als Gegenwert wäre okay. Der hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, ne. Muss in seinem Contract. Er hat nur noch einen Jahr Vertrag. Muss die mir dafür noch den Pick oben drauf geben? Nein. Dann gebe ich euch den Nuggets Pick. Und den Raptors Pick. Auch nein. Ich will Nate Manning haben. Unbedingt. Weil dann kann man auch gucken, ob man zum Beispiel Isaac abgibt. Ich gebe die Picks ab. Ich brauche die nicht. Wow. Jetzt habe ich denen alles gegeben, was ging, ne. Eminesco könnte man noch oben drauf geben. Wobei Eminesco will ich eigentlich behalten. More dürfte eben auch noch was wert sein, ne. Sollen wir dafür dann keine Ahnung, wem kriegen. Ist ja auch eigentlich egal. Sagen wir Valenciunas. Damn. Okay, Leute. Okay. Ich weiß, der eine oder andere wird es kritisch zu sehen. Aber wir haben Stand jetzt die besten Chancen auf Nate Manning. Weil Isaac, er will vielleicht gehen. Er ist unrestricted free agent. Wir könnten ihn noch verlieren, muss man auch sagen, ne. Wenn er nicht mehr für Houston spielen will. Dann können wir Isaac verlieren, auch weil er mein Favorite Player ist. Aber dann hätten wir Nate Manning. Wenn alles gut läuft. Zur Not mache ich da irgendwie noch ein Draft Paket, äh, noch ein Paket, ähm, um den zu kriegen. Ich will ihn unbedingt haben. Dantley war schon einer dieser Rohdiamanten. Person ist schon ganz, ganz krass. Wo ist ein Person? Hier haben wir Person, war schon was Krasses. Und jetzt noch ein Nate Manning. Dantley 22. Person 21. Udo ist 23. Maravich ist 20. Eminescu 22. Nur mal die Rookies aufzuziehen. Und dann noch Nate Manning. Voller Fokus auf diesen Mann hier. Auf Nate Manning aus Kentucky. Das wird ein ganz, ganz großer Player hier. Nate Manning auch überall auf der Eins. Ohne wenn und aber. Passt beim Attackieren gut auf den Ball auf. Es findet seinen eigenen Wurf. Er hat eine gute Reichweite. Trifft jeden Mitteldistanzwurf. Sehr schön. Springt bis unter die Hallendecke. Fantastische Sprunghaft. Hält seine Low Post Position in der Defense nicht sehr gut. Sollte sich bei den Rebounds besser konzentrieren. Wirkt ziemlich fragil. Wird wohl Schwierigkeiten haben, der Kraft von NBA-Spieler etwas entgegenzusetzen. Kein Problem. Das schafft er schon. Weil dann hätten wir wirklich die Möglichkeit. Also auch so jetzt. Wir gehen natürlich kurz rein hier jetzt. Wir haben natürlich jetzt hier ordentlich ein bisschen rotiert. Aber unsere Starting Five ist immer noch top. Die ist richtig stark. Abgesehen davon wird tatsächlich auch Westbrook starten. Ich will Levine weiterhin von der Bank haben. Aber da gibt es für mich kein Wenn und Aber. Westbrook ist dann unser Shooting Guard. Also der wird dann definitiv unser Shooting Guard sein. Und Levine weiterhin Sixth Man. Backlay haben wir auch noch bekommen. Auch noch ein sehr interessanter Spieler auf Power Forward. Das ist natürlich für Eminesco ein bisschen ärgerlich. Aber nun gut. Valenciunas haben wir jetzt hier auch mit dabei. Stadtmoor. Also. Der Händler geben wir mal 32 Minuten. Westbrook kommt auf 25. Oder machen wir 24 Minuten. Zach Levine bleibt bei seinen 23. So. Maravich 16. Udo 16. Backlay. Geht auch hoch auf 16. Haben wir noch 8 Minuten. Vivalenciunas würde ich sagen. Oder machen wir mal 7, 7, 7. Ja. Machen wir so. Haben wir eine 13er Rotation Stand jetzt. Also nochmal ein bisschen größer alles. Aber guckt euch das Team immer noch an. Das ist immer noch brutal. Und ich habe Sexton und Dings wegbekommen. Wie gesagt. Ich bin jemand. Ich gucke auch danach. Wie fühlen sich die Spieler beim Spielen an. Und ich fand sowohl Kevin Porter Jr. Als auch Sexton jetzt nicht so geil. Dementsprechend bin ich damit sehr glücklich. Dass wir beide getradet haben. Bin ich euch ganz ehrlich. Und wir haben eben Russell Westbrook back. Hier bei den Houston Rockets. Und ihr wisst. Ich bin ein kleiner Fanboy von Westbrook. Oder was heißt Fanboy. Ich mag ihn einfach nur sehr gerne. Und wir haben halt die riesige Chance auf Nate Manning. Und vielleicht noch hier George Randolph. Muss man ja auch noch gucken. Was machen wir damit. Wir haben jetzt 2 ganz ganz hohe Picks. Wir haben theoretisch. Okay. Den können wir nicht draften. Damit haben wir auch keine Draft Picks mehr in der Zukunft. Wir sind absolut im Win Now Modus. Wir haben noch 2 Picks dieses Jahr. Und dann war es das. Den Rest müssen wir dann anders regeln. Ich habe jetzt auch in dieser Season nicht viel gemacht an Trades. Nur jetzt eben. Wir können ja allgemein mal gucken. Transaktionsbericht. Alle Trades. Das war ja jetzt unser Ding. Chris Dunn. Okay. Also wir sind absolut im Win Now Modus. Ansonsten ist nicht so viel Spannendes passiert. Und ich will unbedingt. Unbedingt unbedingt. Wo sind wir hier? Liga Geschichte. Ich will unbedingt. Das hier noch ein paar Mal die Houston Rockets stehen. Die Lakers haben sie 3 Mal geschafft. Viele Teams haben sie 3 Mal geschafft. Und haben die Bulls und Co. Aber ich will das erste Team seit den Boston Celtics die 4 Mal Champion werden. Ich weiß gar nicht wie man das auf Englisch nennt. Also 4 Peat oder keine Ahnung. Das heißt ja 3 Peat bei 3 Sachen. 4 Mal keine Ahnung. 5 Time Champs auf jeden Fall will ich werden. Mit den Houston Rockets. Das ist das Ziel. Und wir haben dafür Dantley. Wir haben Isaac. Mal gucken wie lange. Wir haben Pursen. Wir haben Levine. Wir haben Udo. Wir haben Toppin. Wir haben Maravich. Westbrook muss man gucken wie lange seine Halbwertszeit ist. Ebenso wie bei Begley. Eminescu ist aber ein fester Teil der Zukunft. Valensiunas und Co. Muss man alles gucken. Und ich will Nate Manning. Nate Manning soll der Mann sein. Der diese Ära weiterleitet. Dantley ist der Chef. Ist der Kapitän. Aber Nate Manning soll auf jeden Fall ein sehr sehr großer Teil werden. Jetzt würde es mir natürlich auch gefallen ein paar Minuten zu zocken gegen irgendein Team. Wenn es am Ende eng wird. Schauen wir mal. Ah gegen die Bucks wäre es doch schön hier. 4 Minuten 45 rein geht es gegen die Milwaukee Bucks. So Leute. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier. In. Ähm wie heißt es. Bei den Bucks zu Gast. Jetzt hier Dantley. Äh Udo ist es. Toppen stellt den Block. Ifani Udo. Dunkt ihn rein. Habt da keinen Respekt vor Giannis Antetokounmpo. Hat da überhaupt keine Angst. Auch wenn Antetokounmpo helfen will. No Chance. Oh yes. Antetokounmpo wollte ich ursprünglich ja auch mal holen. Aber dann habe ich mich ja. Ach. Foul. Und sie sind im Bonus. Da hat man sich dann doch irgendwann mal dagegen entschieden. Wir nehmen mal kurz eine Timeout. Ich will mal kurz gucken wer jetzt alles noch verfügbar ist. Weil ich würde gerne mit Russell Westbrook zocken. Aber ich bin mir nicht sicher ob er schon ausgefoult ist. Erste 5. Levine. Geil. Ich will mit Westbrook zocken. Und das erste was passiert. Er ist schon ausgefoult. Gucken wir mal kurz rein. Ah hat 6 Fouls. Hat 13 Punkte gemacht. 4 Assists. Hm. Schade. Na gut. Dann würde ich sagen. Die beste Lineup jetzt schon natürlich drauf. Giannis Antetokounmpo zum besten Player gewählt. Der zweite ist auch drin. Jetzt Evan Dantley. Evan Dantley. Oh. Ich wollte ihn auf Levine spielen. Das war nicht so gut. Jetzt hier McDaniels. Dantley. Sie doppeln. Aber Levine komplett frei. Das sind die Dinge die muss Levine eigentlich machen. Antetokounmpo. Und das ist unser Ball. Jetzt hier nochmal Zach Levine. Spielt auf Obi Toppen. Der hier auf Persson. Und Giannis mit seinem zweiten. Persson mit 12 Punkten. Und eventuell gleich 7 Punkten. Äh 12 Rebounds meine ich. 7 Punkte, 12 Rebounds für Persson. Einer der wenigen der Liga der Giannis aufhalten kann. Zumindest in der Zone. Jetzt hier Main. Gegen Dantley. McDaniels. Ah, der Block war gut gestellt. Persson hat da überhaupt nicht reagiert. Was ist denn los? Er bleibt einfach stehen wie so ein Fisch. Evan Dantley zieht davon. 26 Punkte für Dantley. 102, 104. Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr von den Trades haltet. Und dass ich mich auf Nate Manning fokussiere. Vielleicht sieht der eine oder andere das ja auch als Fehler. Wow, nicht mit Persson. Nicht mit Persson, Giannis. So, wenn Persson schnell genug ist. Ja, sonst mache ich es über Dantley. Okay, das war ein bisschen zu ambitioniert. Boah, Toppin war da gut dabei. Aber diese Offensive Rebounds der Gegner nerven mich. Levine, Dantley. Evan Dantley zieht da zu leicht davon. Toppin. Toppin stellt in den Block. Schöner Pass nochmal auf Dantley. Nice gespielt. Dantley ist natürlich der Go-To-Guy wie immer. Ich dachte gerade, das wäre ein Foul. Es ist aber ein Timeout vom Team von Giannis Antetokounmpo. Die Bucks haben es aber irgendwie nicht geschafft, ihn wirklich mal in ein Team hinzustellen, womit er wirklich mal Champion werden kann. Nach all den Jahren haben sie es nicht geschafft. Aber muss man schon sagen, dass es ein bisschen enttäuschend ist. Also an Giannis Stelle hätte ich langsam auch keinen Bock mehr. Und Toppin, da musste eben Persson zur Hilfe kommen. Jared Allen. McDaniels. Oh, come on. Aber der Ref sagt, Foul beim Wurf. Jared Allen mit 23 Punkten. Richtig stark. Macht beide Freiwürfe rein. Und jetzt wieder der Mann hier. Evan Dantley. Evan Dantley. Oh. Der Pass ging leider nicht durch. Oh. Oh. Evan Dantley. Alter, spiel ihm doch ab. Die Bucks machen es echt gut. Die Bucks machen das echt gut, defensetechnisch. Giannis Antetokounmpo. Der Wurf. Und jetzt Dantley. Jetzt brauchen wir die Punkte von dir. Evan Dantley. Mächtig. 30 Punkte. 4 Punkte Abstand nur noch. Es ist noch alles drin, aber wir müssen jetzt einen Stop hinkriegen. Oh, Persson mit dem Block. Unser Ball. Zach Levine. Auf Dantley. Foul. Schade, dass kein Entworn ist, aber nun gut. Jetzt, Zach Levine. Mach ihn bitte sicher. Der war ziemlich weit links, der Wurf, aber er ging ja rein. Okay. Nur noch zwei Punkte. Es ist ein One-Possession-Game. Und jetzt hier Giannis. Toppen muss ihn verteidigen. Schwierig natürlich. Obi Toppen. Nicht drin. Unser Ball. Und jetzt ganz, ganz schnell hier. Levine. Auf Toppen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt ist das Ganze natürlich sehr, sehr spannend. Wie kriegen wir es denn, ihn hier zu stoppen? Giannis Antetokounmpo. Ganz, ganz schwer. Oh, sie haben einfach rüber gespielt. Das war gut. Gut gemacht. Auch noch 2 for 1. Jetzt über Dantley. Ganz schnell. Evan Dantley. Evan Dantley. Perfekt. So läuft das hier. Evan Dantley ist auch einfach ein Monster. 20,1 Sekunden. Jetzt halt die Frage, worüber gehen sie? Natürlich über Antetokounmpo. Deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, Wall-Up. kompakt. Um Rebounds kämpfen. Definitiv. Wir gucken mal jetzt. Main. Was hat er vor? Boah. Main. Er hat den Wurf nehmen können. Will er nicht. Schwierig. Der ist nicht drin. Und wir haben 0,4 Sekunden schon wieder. Das kennen wir doch irgendwo her. Wir haben 0,4 Sekunden. Ich brauche jetzt Ifani Odo. Er hat die Athletik. Ich brauche Ifani Odo. Der könnte wirklich so ein Ali-Hub-Anspiel verwandeln. Aber er ist derjenige, der einwirft. Okay. War die einzige Möglichkeit. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder in der Overtime. Habt ihr Bock? Ich hoffe, ihr habt Bock. Leider ohne Westbrook. Ist ein bisschen schade hier im Pfizer-Fallroom. Irgendwie auch komischer Name. Aber nun gut. 112 zu 112. Wir sind hier in der Verlängerung. In der Overtime. Habt ihr dann ganz schön lange NBA 2K-Videos. Tipp-Off ging hier an uns. So kann man ihn natürlich auch abgeben. Aber Evan Dantley. Wow. Ich bin stolz auf dich, Dantley. Erst diese gute Defense. Und dann auch hier das starke Foul gegen Antetokounmpo. Na komm, Giannis. Ja, Dribble noch ein bisschen. Macht ihn nicht rein. Okay. Eminescu. Auf Isaac. Der entleert den freien Dreier. Oh yes. 35 Punkte Evan Dantley. Die erste Führung in diesem Spiel. Okay. In der Overtime auch nicht der schlechteste Zeitpunkt. Wäre ein bisschen wild gewesen, hätte er den so aus dem Dribbling genommen. Äh, beziehungsweise getroffen. Genommen hat er den ja so. Dantley mit 37 Punkten. Ist wieder Richtung 40. 40. Boah, der Pass. Jetzt hier auf Antetokounmpo. Was macht Giannis? Nichts. Schwieriger Wurf, aber Main macht ihn rein. Okay. Evan Dantley. Versucht den. Der war auch ein bisschen schwierig, der Wurf. War contested. Antetokounmpo. Versucht's. Den hat ihn Toppen auch ganz schön hingelegt, ne? Ist da viel zu früh hochgegangen. Das war zu einfach für Giannis. Das Video hier wird auch wieder über 30 Minuten gehen, wie das letzte. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, auf ein bisschen längere Videos. Und jetzt hier Dantley. Evan Dantley. Schwierig. Den macht er dann aber, oder? Sehr schön. 39 Punkte Dantley. Soll jemand sagen, er ist nicht der perfekte Superstar für dieses Team? Ah, Jared Allen. Der nimmt den. Der kann eigentlich nicht werfen. Das ist halt der große Vorteil, wenn der Gegner so einen Center dort hat. Levine. Sehr schön. Zach Levine kann natürlich den Mitteldistanzjumper. Allen musste ein bisschen weiter wegbleiben. Was bringt es in Jared Allen, ganz nah ran zu gehen? Levine hat da Geschwindigkeitsvorteile gehabt, auch wenn Levine jetzt nicht der Überathlet ist. Aber dann hätte er einfach mit dem Drive ihn schlagen können. So hat er es mit dem Wurf aber gemacht. Halt klassisches Mismatch. Main. Hier jetzt auf Antetokounmpo. Die Entscheidung will ich mal anfechten. Ob das nicht doch ein sauberer Block war. Von Person. Was sagen die Refs? Entscheidung wird zurückgenommen. Block für Person. Sehr schön. Ah, der Ball ist trotzdem bei den Bucks. Schade. Und der nächste Block bei Person, den konnte er dann nicht mehr blocken. Schade. Aber Blocking Machine Person ist in the house. Pick and roll. Und jetzt hat Person hier die Chance zum Entwarn. Sehr, sehr schön. Wir können das Ganze jetzt zu einem Two-Possession-Game machen. Bei 2 Minuten 17 noch zu spielen ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Oh yes. Double-Double. Person hier bei 10 Punkten. 18 Rebounds. Und ich weiß nicht wie viele Blocks. Locker 5, 6 Stück. Main. Antetokounmpo. Schwieriger Wurf. Antetokounmpo mit einem ganz, ganz nicem Wurf. Nein. Das haben sie schnell ausgenutzt hier in Transition. Machen sie gut die Bucks. 124, 24. Jetzt mal über Jonathan Isaac. Sie doppeln ihn. Levine ist frei. So kann es natürlich auch laufen. Irgendwo verständlich, dass du Person doppelst. Aber andererseits sollst du jemanden wie Levine dann nicht freilassen. Allen. Was will er da jetzt machen gegen Person? Boah. Wichtiger Dreier. Ganz, ganz wichtiger Dreier. Jetzt. Nein. Aber fangen. Ja. Isaac. Was ein Block. Was ein Block von Isaac. Dantley. Dantley hier im Dribbling. Sie doppeln ihn. Toppen. Oh yes. Isaac jetzt bei, äh, Dantley meine ich bei 39 Punkten und 9 Assists. Antetokounmpo. 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 Di Vincenzo. Oh, was ist da denn los? Was war denn jetzt mit meiner Defense gerade? Und Dantley jetzt über den Drive bitte. Ant 1, Ant 1, Ant 1. Evan Dantley. Evan Dantley. Ganz stark. Wieder mal über 40 Punkte. Er hat ein bisschen lange gebraucht, um auf seine Form zu kommen in dieser Season. Sonst hätte er auch MVP werden können. Yes. Vielleicht wird er irgendwann noch MVP. Wie dieser Mann hier. Giannis Antetokounmpo. Oh, nicht drin. Unser Ball. Und warum zum Teufel ist Eminescu schon wieder drin? Ich will eine Wien haben. Oh. Okay. Aber das war stark von Eminescu, wie er da in die Zone ging. Jetzt hat er es in der Hand. Sein erster Punkt, Leute, der ganz, ganz wichtig war. Nice. Jetzt heißt es, die Dreier verhindern. Jetzt heißt es, die Dreier verhindern und Defense, Defense, Defense. Chris Paul brauche ich jetzt. Udo. Maravich und Person sollen nämlich auf Paul forward, um Antetokounmpo zu übernehmen. Ich weiß natürlich, dass Person nicht so agil ist wie Giannis. Aber man kann ihm ein bisschen den Wurf geben. Middleton aber nicht. Der ist nicht drin. Unser Ball. Chris Paul. Was machen sie denn da? Maravich. Wie viel Zeit haben wir gerade bitte dazu gewonnen? Das war der Dagger. Fünf Punkte in der Zeit. Keine Chance. Haben sie keine Chance mehr. Sie faulen nochmal. Maravich freut es. Der kriegt nochmal ein paar Punkte mehr geschenkt. Sehr schöner Sieg auf jeden Fall. Klar, das Game ist noch nicht rum. Man weiß ja nie. 137 zu 129 ist der Sieg hier für uns. Sehr, sehr schönes Ergebnis, muss ich sagen. Hier gegen die Bucks. Haben dann doch sehr, sehr gut in der Overtime hier agiert. Heute ist glaube ich jetzt der nächste Sieg in Folge. Der 11., 12., keine Ahnung. Bin ich auf jeden Fall mal gleich gespannt. Wir gehen natürlich hier in die Stats rein. Jared Allen mit 30 und 11 stark. Drei Steeds, drei Blocks. Weltklasse Spiel, aber reicht halt nicht. Dann Antetokounmpo und Co. Bei uns, Dantley, 42 Punkte. Vier Rebounds, neun Assists. Macht einfach 14 von 18 rein. Fünf von sechs Dreiern, neun von neun Freiwürfen. Der Wahnsinn. Dann haben wir Westbrook, hatte 13, wo ist Pursen hier 10 Punkte, 19 Rebounds, zwei Assists und sechs Blocks. Also auch hier wieder Pursen. Absolute Maschine. Ohne Wenn und Aber. Absolute Maschine. Und ja, auf jeden Fall gehen wir noch vor bis zum Dreier-Contest. Das mache ich dann in der nächsten Folge aber. Deswegen gehen wir hier jetzt in die Simulation. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder ein Video mit gut 35 Minuten. Also habt ihr zwei lange NBA 2K Videos, bevor zweimal Lass mal Reden kommt. Also ordentlich Content für euch. Jetzt hier gegen die Pacers. Oh, eng. Ach komm, ich lasse es laufen. Ich habe erst überlegt, aber ich dachte, komm, lass es laufen. 110 zu 107. Dantley. Wow. Dantley ist jetzt fast bei 30 Punkten im Spiel, ne. Die Assists müssen noch ein bisschen höher, wobei seine Quoten sind einfach krank. Das ist einfach krank, was er liefert. Ist er nicht eigentlich jetzt ein MVP-Kandidat? Also jetzt mal ganz ehrlich. Der Spieler mit der, von der Mannschaft mit dem Abstand besten Standing. Wir haben nicht mal 10 Niederlagen. Der muss doch MVP-Kandidat sein. Also. Warum ist Dantley kein MVP-Kandidat? Natürlich, Doncic wird es wahrscheinlich, weil er einfach zu krank ist. Aber. Die Mavs stehen nur auf 4. Dann haben wir Golden State. Wir wussten New Orleans, dass Zion mit dabei ist. New Orleans sind vorletzter. Was hat denn Zion Williamson mit der MVP-Conversation zu tun? Also jetzt mal Real Talk. Zion hat da nichts zu suchen. Der kann so krass sein, wie er will. Bradley Beal-like. Aber wenn deine Mannschaft irgendwo nirgendwo ist, dann hast du nichts in der MVP-Conversation zu tun. Rookie of the Year. Da haben wir eh nichts mitzureden. Sixth Man of the Year. Hat Levine auf jeden Fall große Chancen. Ja. Defensive Player of the Year. Kein Isaac mehr. Okay. Bamba inzwischen bei den Lakers. Interessant. Most Improved haben wir auch keine Chance. Das muss eigentlich Damien Young werden, ne? Warum steht bei ihm hier 18,4 Punkte? Das stimmt ja gar nicht. Der macht 25,5. Also hier muss es eigentlich Damien Young werden. Achso, pro 36 Minuten. Sorry. Hier auf jeden Fall. Ja, der muss es eigentlich werden. Naja. Muss man nicht immer alles verstehen, wer wo nominiert ist. Übrigens, Scouting. Wir sind hier auf jeden Fall in einer guten Position. Nate Manning zu holen. Alejandro Ribas aus Spanien. Auch interessant. Wir haben auf jeden Fall zwei absolute Top-Picks. Absolute Top-Picks. Und ich hoffe, wir landen da noch auf eins oder zwei. Enges Duell hier gegen die Trailblazers, das wir aber gewinnen. Am Ende dann noch nicht eng. Und Dantley ist jetzt bei 41 Punkten. Okay, das ist auch der Grund. Er war nämlich hier, war ich nämlich auf 36 Minuten verrutscht. Deswegen war das so krass. Ich dachte, er wäre schon bei 30 Punkten. Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Westbrook, 11 Punkte, 7 Remounts, 3 Assists. Und ich würde dann sagen, das war es dann fürs Erste. Ja, auf jeden Fall ein sehr langes Video, das so an die 40 Minuten kratzt auf jeden Fall. In der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall den 3-Point-Contest mit Jalen Harris, Jason Tatum, Trae Young, Cassius, Winston, Tim Adelmann, den Deutschen und Luca Magic. Ich hoffe, ihr habt Bock auf 3-Point-Contest und vielleicht auch All-Star-Game. Also wahrscheinlich mache ich dann so ein All-Star-Weekend. Folge wird wahrscheinlich dann nochmal eine längere Folge. Also habt ihr dann 3 lange Folgen höchstwahrscheinlich. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Euer Willauss schmelzt sich fürs Erste ab. Und schöne Ostertage. Bye, bye.